dann spiele ich mal ein bisschen mehr von diesem spiel was ich lange ruhen lassen habe 2006 vor fast zwei monaten das ist ein bogen das ist meine knarre das ist die sniper und dass ich schon genau ich gebe weiter das kann mir egal sein erst mal schauen ist das hat er aus dem nicht das ist das kopf er wird einmal ernst machen und dann das ist gerade sehr im weg Oh mein Gott Take on me Take on me Take me Was ist das so? Ich glaube nicht Das war unnötig Lass doch mal machen Ist doch alles in Ordnung Fuck off Ich weiß was du vorhattest Du kleine miese Schlampe Ja folge dem Pfeil Hast du nicht gesehen was? Jetzt will ich mein wohlverdienten Fernseher Set haben So wo ist mein Auto? Hey Mann wo ist mein Auto? Soll ich was dich niesen? Ja da war's Fertig Seid ihr doof? Okay Hinten weggeschossen Bitte Lass es funktionieren Ich sterb gleich Ach Gott sei Dank Oh no 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 Oh Oh Ich treffe hier aber auch nicht mal Oh Kurz heilen Gib mir mal mit ja Warte Moment Ich hab's gleich Ähm Die Waffe ist so nutzlos Das es schon weh tut Arschleicht gedonnert Ich nehme mir mal dein Auto Danke Wo geht's hier rüber? Da Ich komme Gar nichts dran denken Bist du freundlich? Nichts Nichts hier ist freundlich wie es scheint Yeah Boy Brauch mal auf Cocktails zu werfen Vor allem du Na kannst du mich nicht erwischen Blö Kannst du aufhören So geht's auch Fertig Ich mache meine Nebenmissionen Als Hauptmission Das ist ein bisschen Sorgenangbereitend Kriege ich den auch mal? Fuckboy Macdonald had the farm Hiiiiio Nein Nein Damit du keine Brache schwören kannst Was? Was? Geht doch Oh Oh 16 Schüsse I'm coming for the thick ass Was ist das? Was machst du hier? Okay Du treibst es mit den Pflanzen Dann stör ich dich nicht mal Mein Herr Okay Es geht doch Heißt das ich kann Autos eklodieren lassen Ja Oh komm her Komm her Boy Du kommst mir jetzt bestimmt nicht mehr Oh my boy Getting directions from that Also so macht es Spaß Wenn die Sniper einfach mal alles mit einem Schuss kaputt macht My boy Skinny penis Aus 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 Auch wenn ich mir sogar mal einen Fingernagel ausgebrochen habe Und wieder eindringen musste Oh Eklig anzusehen zu machen Explodieren meine Schüsse? Überraschung 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 Was, was kann ich nicht? Was, was, was kann ich nicht? Ja, das kann ich nicht, hä? Sag's nochmal. Alter, nein, halt dich nicht damit auf. Oh. Fertig? In die Eier. Das ist ein Freund von... Ich verstehe. Das wird schwer. Aber wer hat mich gerade gesehen für einen kurzen Moment. Ach, da. Jetzt nicht mehr. Na, es wird, es wird. Wreck, einfach. Na komm, wie viel brauchst du noch? Ich kann das, ich kann das, ich kann das, ich kann das. Oder sonst wie getötet. Ich wurde schon entdeckt. Einfach so. Ich hab die Mission jetzt schon verkackt, ich seh's. Keine Rötinan. Oh. Oh. Schiffkröten töten. Ich seh, weil das sind Fjords. Äh. Ich bin nicht zu glücklich drüber. Oh, super. Kann ich die wirklich nicht beschädigen? Nein. Das ist traurig. Ich fühl mich jetzt wie so ein fucking Hamster, der überall durchklettern muss. Mistvieh. Auch überall fallen. Klar. Das sägt doch so. Natürlich. Noch nie hatte ich so ein Haus auf Schildkröten. Oh, genau. Ich manchmal auch mal, ähm. Das hier für mich. Das hier für mich. Das ist ja. ARD Text im Auftrag von Funk